geht's okay wunderbar oder alles alles nachgespawnt hier so neben kreip bei körper tipps als nicht will er hier kein vorschnöpsel was haben wir denn weder irgendwelche heute leder oder knochen okay da gehen wir erst mal zu den konsporter dingern hier in die richtung anrichtung die richtung diese container genau da gehen wir da hinten mal sprengen genau die tastatur flog etwas weit weg also sind gar keine haie hier keine gummi haie ich glaube die waren hier vorhin auch nicht sind auf der anderen seite steine 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 es ist eigentlich auf der insel da drüben doch und wie kistig aus oder ja ich glaube vor der insel so links von 11 insel da ist ein ding brauchen kann man tauchen kann ja eher in diese diese unterirdische höhlen so ohne warte mal wenn wir uns mal hier die schlippe anziehen hier schönes steine noch nicht genauso weit weg wie die eingeboren die flaschen sind bald leer hat ich doch mal auffällen soll noch mal auf dem boot das ist halt mehr schwimmen als tauchen ja ich sehe so die haie besser ach so ja das ist das wäre jetzt so wo kommt man da auch mal näher ich habe das gefühl ich komme und kommt gar nicht näher hier da können wir jetzt auf der insel strände dieb spielen genau das wurde ausländer baune zur hütte so schön hier nach hildi wie geht es so warum wir hatten lange kein schildkrötenfleisch mehr ich glaube einerseits kann man glaube ich hier bei dem schiffswrack ich glaube hier irgendwo sogar schon mal die ersten dünner finden hier schon hier sind schon die ersten armbrust bolzen jawohl das ist doch hier irgendwas ich weiß es nicht mehr so gut also er springen kannst auf der insel nichts das ist die nächste insel die da drüben oder rat die da hinten ja ja genau wenn man da so richtung richtung berge schaut da ist dann noch eine insel da musste da sein aber dieses da wo man tauchen kann ich bin mir ach ich bin mir nicht mehr so hundertprozentig sicher ach so dass hier irgendwo runter geht genau ich meine dass das irgendwo hier war hier ist ein bisschen raus irgendwo aber ja einfach mal hier ist nämlich auch noch ein boot liegt ein boot da muss man nicht sein damit da müsste man irgendwo an der oberfläche müsste man irgendwie so dienst umsehen ach ja nee ja da bist du mit dem boot rausgefahren das war da lag ein holzstück im wasser ja genau das ist das hing an einem seil und genau da war das dann ja ja das ist aber nicht hier ich glaube das ist in die richtung von dem von der anderen insel oder meinst du das war das hier ja es gibt insgesamt drei ich gehe mal die andere richtung ja wir hätten jetzt einfach mit dem boot auch mal rumschippern können ja das wäre das schätze gewesen ja weil ich ich gehe jetzt mal älter hinten mal an land ja ich glaube das oder wenn du bock hast dann hol doch das boot kommt vorbeigeschippert das kann man nur zu zweit stören weil sonst fährst du da im kreis rum ach so ja stimmt du musst ein bisschen äh äh Alex ein bisschen mehr gehen muss ich mal einmal links paddeln dann ja genau dann wieder einmal rechts paddeln oh ich sehe äh ich sehe Dinger ich sehe da am strand sehe ich ähm endlich mal wieder ähm eingeborene nein doch laufen gerade vorbei oh wie viele achte scheiße äh ich bin jetzt gerade auf der anderen insel offen sich auch ein 5 du bist da ganz hinten okay schwimme ich jetzt darüber oder darüber ich komme mal zu dir wir brauchen ein paar knochen dauert eine weine ja und dann schippern wir mal mit bootlos hier das hat er sonst gewährt umgetauche hier mal mal hast du die alle schon kaputt? du du au so viele geht jetzt sehr gut geht sehr gut ich komme ich rette dich oder mich oder nein mal gucken wir schwimmen hinter die insel richtung baum ich komme richtung baum matrix style vorbei geflogen es gibt mit der ich kann gerade ohnehin meine pfeile wieder weißt du ne wo es krokodile gibt gibt es keine haie wie immer das mit dem motorboot bauen nächsten zähne ich bin leider was ist hier los ach so guck mal wenn man mit dem tauchanzug springt kommt man viel schneller vorwärts ja hallo na ihr hübschen mal kurz ausdauer macht mal langsam das ist schon mal lagerfeuer und die bild zu dir jungs feuer steht ihr könnt kommen schüchtern die bestimmt auch ein oder mich für das einschüchtern da hinten kommt oder was mit dir richtig holen kommen wie sie ausweichen hier dort ist recht links wer willst du hast ja halt nicht da kommt doch mal rein ich renne doch nicht so weit und schleppe euch so weit bis zum feuer da komm doch mal her hier du Knüppel da hinter dir Da fall da mal um. Blöder Arsch, du. Auf der Flucht, doch. Abgeschossen. Nehme ich deine alle halt mit. Schönen Knochen sind immer gut. Sind es zu weit, vier, fünf, sechs. Oh, da kommt noch einer. Achtung, ich habe einen im Schlepptau. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Mal das Messer auspacken hier. Oh ja, mein Freund. Er hat aufgehört, mit diskutieren. Genau. So, haben wir eins zu drei, fünf. Scheiße. Na ja, können wir denn. Sechs. Geht auch noch? Nein. Nicht doof. Ja. Pompompompomp. Pompompompomp. Sehr schön. Das geht doch gut aus. Okay. Gut. Hätten wir uns wieder mal ausgestattet. und dann schippern wir mal mein boot los hier oder käpfe wir müssen käpfe rollen oh jetzt der ziel, da geht jemand drüber was oh, langsamer hast du? ja, gut blöder vorgehe also mir fehlen jetzt noch drei für die rüstung aber wo ist es eigentlich mit dem mutanten hier? ja, ich weiß nicht wann die hier auftauchen die war ja schon mal da ist er nicht so, dass... genau haben wir ja schon live gesehen hatten wir schon das genügend kann ich mir leider mal ein paar Pfeile bauen 1, 2, 3, 4, 5 so tack noch ein Knochen dazu was fehlt jetzt noch? noch ein Knochen und noch eine Feder hä? fehlt noch Knochen, achso du kannst ja auch Knochenpfeile bauen hm ja komm, wir haben ja nicht umsonst so ein Boot dann nehmen wir das mal mit das ist ja das alleine, unsere ganze Baute sieht aus wie ein Boot ein Flugzeugträger ein Flugzeugträger ja, irgendwie schon mal wieder zu fett äh, warte mal schluckern und was zu essen mitnehmen warte mal was fertig ist ja achso, warte mal, das kann ich ja noch aufhängen, schnell ähm ja, ja, ja kann ich schon mal aufhängen bin sofort da ja warum kann ich den Vogel hier nicht aufhängen? ach, Vögel kann man nicht aufhängen hä? ne so, geh ich mal hier ran ja huch da ist schon wir könnten aber auch erst einmal äh lass uns mal kurz warte mal lass uns mal kurz umdrehen weil ich weiß, dass da hinten auch was ist ok achto vorwärts genau vorwärts ja, du musst, du musst schon äh ja, es geht, es geht ich hab nur kurz los ja du musst kurz mal aufgehört, weil damit wir nicht so weit von der Klippe weggebleiben ich hätte es auch noch ok ist das schon das Holzteil? ach ne, sah so aus ja ist das praktisch hier? mhm und zwar da hinten bei dieser ein Stallküste da weiß ich und das jetzt hat hier so schau mal hm ein paar Meter raus aber ich weiß jetzt immer lass uns mal ungefähr so raus fahren ok so, äh, wir sind ein bisschen weiter raus so ungefähr, ja, so ja das ist schon irgendwie geil gemacht mit so einem Boot find ich irgendwie cool echt warte mal kurz hm das ist doch, das ist doch diese Steilküste hier, oder? aha ja, komm mal ich glaub, dass das hier war ja, aber ja, aber findet da erst einmal so ein scheiß, äh Brettchen, was im, äh, Wasser schwimmt, gell? das sollte ja dann sichtbar sein das müssten wir ja sehen oder mal weiter ok ja ja warte, ob man nicht noch ein paar Meter raus müssen ich dachte, das wäre in eine andere Richtung, oder? ne ja, es ist in eine andere Richtung ist es auch auch eins, ne, aber auch eins drei stücke hm 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 warte mal kurz warte mal kurz mal von oben, äh, mehr sieht als, äh hm hm ja, gut, dann müssen wir halt mal ganz, ganz gelangweilt um die Küste rumschippern, und dann werden wir es schon finden ja na, was willst du machen? sie können uns auch jetzt spoilern, aber ja, man sieht es echt, oder, 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 oder war das da vorne? oh wo ist denn bei dir? ja, äh, ja, äh, noch weiter vor, weil, da ist auch nochmal so ne, so ne, äh, Küste, oder, war das da? ja, lass uns mal, äh, äh , lass uns mal noch mal ein bisschen weiter fahren football äh, da war das nochmal Municipal, gar nichts da vorne kommt die insel auf jeden fall die ganzen inseln abchecken und da kommt zwischendurch schon mal irgendwann holz mit dem boot war da irgendwas genau und von dem boot aus auf irgendeine insel ein bisschen rüber ich glaube hier seit zwischen ich noch mal kurz wieder paddeln ja na komm würde das holzbrett muss man vielleicht sprengen oder habe ich da gerade was gesehen da draußen ist auch nicht gerade sehr hilfreich dass es momentan dunkel wird und das macht das macht die suche ja eigentlich fast unmöglich nicht verzagen finden wir schon und ich habe jetzt mal ringsherum ringsherum alles ab ja die das schlimme ist du weißt nicht wie weit draußen weil ich glaube dass das war schon das war schon so weit wie wir jetzt ungefähr von insel wechseln ja aber es kann ja nicht weiter aus kann es ja nicht sein wo sollst du denn dahin fahren also ja schon aber jetzt sehen wir gleich gar nichts mehr und dann könnte man direkt dran vorbeifahren und wir kriegen es gar nicht mit ja ich glaube wenn man dran vorbeifahren kriegst ja wenigstens symbol oder das war ja aber bei den holzbrettchen da kriegst du kein symbol zu benutzen das ist ja nur so eine art folie und du weißt aha da ist es los kommen dann als weiter schüppern ich habe noch mal kurz die insel was da abgeht innen dran vorbeifahren was rechts rüber springt was zum bombern gibt unser boot wird geflutet ja so schauen wir ja traumhaft hier sind jetzt irgendwie drei so kleine inseln ich weiß das auch nicht mehr genau das ist auch schon mal gefunden aber fragt mich mal wie vier jahre dass ich sekunde mal dass wir sagen dass wir ziemlich sinnlos hier sinnlos hier umsuchen können wir uns sollten so auf das boot nicht auch so ein ding stellen hier sind lämpchen shelter und shelter ach so kann ich guck mal künftig wieser hoch ist ja das geht sogar geht nicht und drauf okay okay geht nicht okay ach ja ich sehe schon ein bisschen wir sind hier falsch gewesen vorhin vorhin schon falsch gewesen nicht ganz falsch aber ein bisschen falsch richtung oder was hier sind vier inseln ja wissen wissen auf der ersten hier drauf 1.000 dpi ja 2 3 4 hinten ja genau und zwar zwischen der zweiten und der dritten insel also praktisch genau in der mitte von diesen vier da müssen wir hin da sind wir doch richtig guter weg das ist doch ein guter sind wir doch sind wir doch gar nicht falsch ja ja aber falsch nicht aber wie lange wie lange hätten wir das hier herum gesucht und da müssen wir hier dran noch nicht mehr dran vorbeigefahren werden ja wie schon gesagt du musst es erst mal sehen dieses komische teil zumal alle zwei ich muss weiter einschalten ja ich sehe es ist es okay so habe ich den anzug noch an ich glaube schon oder jo wo sind denn die gute stube ich benutze sie gut nach hier ach du scheiße es geht überhaupt nicht dunkel ja und ich bin noch halb tot also bist du halb tot? naja was den sauerstoff angeht oh müssen wir hier überhaupt runter? ist das schon oder? ja ja ist ganz runter müssen wir oh scheiße mein sauerstoff ist auch schon hier bald vielleicht finden wir noch eine fläche hier hoffentlich ach du kacke ey ich will hier nicht da und dran jetzt geht es doch hier nicht hoch ach hier geht es hoch ja hier oh gott oh gott kommen wir hier jemals zurück ja du musst dann nur äh hier ähm jetzt brauchen wir erstmal hier ja komm erst mal hier mal ein kleines feuchern hier ja 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 ich zitter schon wie Sau warte mal ähm du musst eigentlich nur äh ich glaub äh auf nur äh auf dieses auf diese druckluftflasche gehen und dann auch äh auf benutzen gehen ja ich glaub das hat geholfen grad ja dann kannst du das automatisch ähm auffüllen okay dann reicht's nur dicke okay so äh ich glaub wir müssen hier wir müssen hier nochmal tauchen oder? oder müssen wir jetzt hier oder müssen wir jetzt hier hier wir müssen hier rein okay tschüss 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 muß man hier auch wieder ganz unter oder? das ist hier ah hier genau hier ganz unten äh geht es rein ja es ist ein glückgerichts genauso was haben wir denn was haben wir denn im angebot ja die rutsche ach gott oder so diese das so genau ja ach die ja die popbahn hier diese diese turtle rutsche da welche sachen die hätten sie sich auch sparen können weil die so ein bisschen naja ja kann man machen muss man nicht okay schade ich hätte eigentlich gern die kirche oder mit leider bevorzugt die rutsche so viel holz und und das ist eigentlich was immer um die insel schwimmen und haben dann alle gefunden oder ja jetzt können wir eigentlich noch mal zurückfahren nach wo wir jetzt zu allerersten gesucht haben sofern wir es jetzt in der nacht finden und hier ist der ausgang oh nein meine chips sind alle so geht das nicht weiter kann ich nicht arbeiten